Ich werde das alles in Ruhe prüfen, Rainer. Mach dir da gar keine Sorgen. Natürlich. Natürlich. Aber weißt du, genau das ist das Problem. Was meinst du? In zwei Wochen ist Aufsichtsratssitzung. Da muss dieser Privat-Chat-Quatsch vom Tisch sein. Ich kann nur mutmaßen, was Flo damals durch den Kopf ging. Vielleicht dachte sie, dass das der Beginn des Endes vom Dossier sein könnte. Sie hatte die Idee gehabt, das mit mir und Saren und Fabian, unserem Grafiker, zusammen aufgebaut. Über neun lange Jahre. Jetzt geht es eben zu Ende. Es gibt was Schlimmeres, als gegen die OMV zu verlieren.